Ein Jahr lang habe ich unter Tränen die Anekdoten aus meinem tragischen Leben niedergeschrieben. Durch das nasse Papier und weil ich Linkshänder bin, war die ganze Arbeit umsonst. Es kann keine Sau mehr lesen. Mache ich halt ne Webserie draus. Ist schon ne gute Idee, oder? Ja, ja. Kann man versuchen, also ne? Ja, es gibt bestimmt für alles ein Publikum.